Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier in der Schreckensschlucht. Und zwar geht es hier um ein Ostrakon-Rätsel. Und ich habe hier schon bereits aufgeräumt. Es liegen noch ein paar. Und freundliche Leute am Boden hier. Die einfach nicht wissen, was Gastwirtschaft ist. Aber es geht hier um Schmeckt wie Hühnchen. Und die Rätsellösung ist hier oben. Irgendwo. Und da machen wir uns auch schon mal. Auf den Weg. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sollte es dort sein, wo es gegen einige Acker gibt. Und das dürfte so sein. Okay, so, das war das auch für dieses Osterkon-Retzel. Und das ist ja, 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 das ist ja is Jesus.